Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Show Harvest Moon, dem Teil des Let's Plays, wo ich euch die Harvest Moon Games näher bringen möchte. Wir sind im 5. Frühling, bis jetzt haben wir längst noch nicht so wirklich viel geschafft, aber das erste Gras wächst, das ist doch schon mal fantastisch. Und außerdem wächst da auch unsere Stickrüben, was wir jetzt allerdings nicht haben, ist Geld für neue Samen. Das ist schlecht. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal Kohle sammeln. Und das machen wir ja, indem wir jetzt mal Weintrauben aus den Bergen holen. Im letzten Fall wollte ich ja die Berge ein bisschen näher bringen. Allerdings hat das dann doch nicht so geklappt, ich wollte an der Anna, was geregnet hat, weil es spät wurde und so weiter und so fort. Wir holen einmal Weintrauben, dann gehen wir doch zum Fischer, denn ich wollte ja noch fischen. Nee, ich will sie nicht essen, ich möchte sie mitnehmen, denn die reichen dann, dass wir am nächsten Tag wieder Samen kaufen können, aber ich glaube, der nächste Tag ist ein Samstag, können wir eh nicht einkaufen. Naja, das ist nicht so schlimm. Wir werden noch genug Gelegenheit haben, Samen zu kaufen. Das hat jetzt aber gedauert. Also mal kurz gucken. Ja, es ist ein Freitag. Es sollte jetzt wahrscheinlich so 10 Uhr morgens sein. Da muss ich die ungefähre Färbung des Hintergrunds angucken, um den Stand der Sonne zu entdecken. Ja, auszufinden. Es geht immer nur von 6 bis 6 Uhr und ich habe ja schon erklärt, die Nacht ist unendlich. Das sollte man halt ausnutzen. So, wir wollen aber jetzt unbedingt fischen gehen. Soll ich nur runter angeln? Jaha. So, wenn wir jetzt hier gehen, können wir angeln. Jetzt müssen wir nur noch warten. Ähm, später... In späteren Harvest Moon Games kann man sich die Angel... Na toll, nur eine Kiste. Nur eine Dose. In dem kleinen Teich. Also in späteren Harvest Moon Games... Da kann man sich die Angelroute... Muss man sie sich nicht leihen. Da kriegt man sie nämlich so. Hoppla. Ab versehen nicht gedrückt. Und kann sie dann auch aufwerten und so. Das ist dann immer verschieden. Man kann dann... Es gibt Harvest Moon Games, da kann man wirklich in jedem einzelnen... Wasser sehen. Wasser angeln, das man sieht. Dann gibt es welche, da gibt es nur ganz bestimmte Angelstege. Mir gefällt eigentlich die am besten, wo man überall angeln kann, wo auch nur Wasser ist. Da gibt es nämlich auch verschiedene Fische und so. Zum Beispiel bei den V-Tile. Also ich hätte jetzt gerne mal einen Fisch. Ich will bei den beiden V-Tile, die es gibt. Da kann man im Meer angeln, im Fluss angeln, im Teich angeln. Wenn man will, kann man sogar in der heißen Quelle angeln. Ähm, ja. Wie wär's? Es wird langsam spät. Ich hätte jetzt gerne einen Fisch. Sieht nicht so aus, als ob wir noch einen bekommen. So. Wo kommst du jetzt, Fisch? Beobachten die Angel. Bin mir sicher, ob sie noch anbeißen, sobald's... Endlich. So. Den wollen wir nicht essen, roher Fisch. Den wollen wir dem Teich zurückgeben. Warum? Weil wir dafür was kriegen. Ich bin der Geist der Quelle. Du hast mir meinen Fisch zurückgegeben. Du bist ein guter Mann. Nimm dies zum Dank. Jawohl. Meine Powerwehre. Und futtern. Das hier ist übrigens eine Blume. Die nehmen wir jetzt mal mit in die Stadt. Denn ich wollte euch ja noch den Eva-Trick zeigen. Hat zwar nichts mit der Blume zu tun, aber... Ich wollte euch grad mal zeigen, wie das mit dem Geschenken funktioniert. Hab ich grad einen Hammer dabei? Ich könnte mir wieder das Huhn kaputt schlagen. Ich muss mal nachschlagen. Wie das genau ist mit dem Huhn. Wann da die Powerwehre rauskommt, das scheint so random zu sein. Gleich sind wir hier bei der Kneipe. So. Das können wir nicht nur mit Eva, sondern auch mit Edeln machen, weil die ist auch immer in der Kneipe. Wir können ihr so viele Geschenke geben, wie wir wollen, aber das ist eigentlich nicht... Hey, du siehst dich erholt aus. Ja, ich will ein Gläschen. Wir sind nicht besonders trinkfest. Und? Hey, war doch nur ein Scherz. Wieso? Ihr müsst jetzt einfach nach hier reingehen. Da, wo sie wohnt. Und noch mal mit ihr reden, bis sie wieder diese Frage stellt. Genau. Denn wir kriegen immer Liebespunkte von ihr. Wenn wir eine Frage richtig beantworten, wie sie ihr gefällt, dem wird sie natürlich den Fruchtsaft. Also, dass wir ihn trinken. Den Wein. Ja, Fruchtsaft. Das ist eindeutig Wein. Und das können wir so wiederholen, bis sie uns liebt. Das heißt, in einer einzigen Nacht kann man Eva dazu bringen, uns zu lieben. Na? Jetzt macht sie's gerade nicht. Normalerweise klappt das. Nach kurzer Zeit stellt sie die Frage. Ah, endlich. Wie gesagt, das ist der Eva-Trick. Wow, im Moment geht's mir ja weniger darum, schnell zu heiraten. Auch nicht, dass wir da mit Eva mal eine Weile machen, damit wir einfach eine Option haben. Man kann eigentlich mit fast jedem Mädel das hinbekommen. Tja, jetzt geht's wieder ein bisschen auf der Farm arbeiten in der Nacht. Was habe ich? Die Hacker? Die Gießkanne. Die Gießkanne ist gerade wichtig. Die wollen wir uns kümmern. Unsere Früchte. Dann gehen wir mal gießen. Ach, wir haben ja schon drei Felder. Ich dachte, wir hätten erst zwei. Mal gucken. Die ersten Steckrücken müssen eigentlich bald mal reif sein. Natürlich können wir noch eine Menge Unkraut jäten, ja. Wenn ich mir das so drüber nachdenke, sollten wir, nachdem wir problemlos vier Felder gepflanzt haben, darauf hinarbeiten, das zweite Grasfeld zu pflanzen. Das sollte höchste Priorität sein, wenn wir so bald wie möglich einen Huhn kaufen. Natürlich hätte das alles viel schneller gehen können, wenn ich nicht so erpisch darauf wäre, euch die verschiedenen Sachen zu zeigen. Aber ist ja klar. Das hier soll eine Show sein. Das wird ein bisschen gemütlicher. Das soll kein sein, wie ich spiele ich Harvest Moon am schnellsten und effektivsten durch. Auch wenn ich das hinbekommen würde. Gerade das erste Harvest Moon habe ich bis zum Erbrechen gespielt. Ich spiele sie immer noch gerne, aber es gibt gerade so viele, dass ich manche noch gar nicht richtig spielen konnte. Oh, ist gut. Wir machen jetzt hier frei und tun noch das letzte Feldflügen, das wir hier erstmal wollen. Dann holen wir uns die Axt und den Hammer und versuchen noch ein bisschen frei zu machen, falls unsere Energie reicht. Was mich immer ein bisschen stört ist, ah, wir haben Geld gefunden. Es gibt keine Musik in der Nacht. Und dann hört man die Störgeräusche von meinem Mikro viel besser. Und naja, das tut mir dann ein bisschen leid, dass man sie so laut hört. So, Axt und Hammer. Erstmal die Axt Holz ist ein bisschen wichtiger. Und erstmal das, was wir direkt vor unserer Nase sehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wer hat noch eine Axt finden, die kann die an einem einzigen Schlag weg machen, aber bis dahin haben wir wahrscheinlich sämtliche Bombenstümpfe auf der Farm entfernt. Wer eigentlich tut, wenn man die ein bisschen früher bekommen würde. Allerdings reicht es erstmal hier am Anfang alles weg zu machen. Das Gras wird irgendwann wieder nachwachsen, da muss man ab und zu über die Farm gehen. Aber das ist sowieso eine Riesenfläche, die kann man gar nicht ganz gut pflanzen. Ich glaube, das war auch in der Zunge, klar, die das Spiel machen. Und deswegen haben sie in Zukunft die Farms ein bisschen kleiner gemacht. Nicht mehr ganz so riesig wie im SNES-Teil. Auf dem Playstation ist sie immer noch ziemlich riesig. Wenn man allerdings ordentlich Gras pflanzt, wirkt sie gar nicht mehr so riesig. Und das mit dem N64 kommt man eigentlich auch gut mit dem Platz zurecht. Für Gras und für Felder. Und jetzt sind wir erstmal am SNES-Teil. Wie gesagt, die Farbe war viel zu groß. Wir haben immer noch Energie. Ich würde sagen, kronen wir uns noch in diese Richtung. Ich versuche mal den großen Stein da noch wegzubekommen. Oh, okay. Wir sind schon erledigt. Ich werde noch ein bisschen Unkraut hier rupfen. Und den kleinen Stein hier weg tun. Und zack. Wie gesagt, diese Farbe ist viel zu groß. Und hier gibt es noch eine Menge, Menge wegzumachen. Tja. Aber für den Moment reicht's. Wir haben jetzt erstmal schön frei gemacht. Das nächste Mal machen wir dann hier in diese Richtung frei. Oh, siehmeiner. Das habe ich ja noch gar nicht gezupft. Das kann nicht angehen. Weg damit. Wie gesagt, als nächstes würde ich gerne auf den nächsten Gras-Sack... Ähm... Hinarbeiten. Kopf rein. Ich habe mir mal kurz den Wetterbericht von morgen. Vielleicht müssen wir hier gar nicht gießen. Wie sieht's aus? Oh, tatsächlich. In der Nacht setzen Regenfälle ein, die sich erstrecken. Jawohl. Ja, wollen wir. So. Bei dem Regen lassen wir natürlich unseren Hund im Haus. Einkaufen können wir heute leider nicht. Weil es ist Sonnabend, ja. Wir haben... Sie sind reif. Dann werden sie mal schnell geerntet. So, das Blöde ist, wenn es am Samstag regnet, können wir nicht mit den Mädels reden. Außer mit Eva, glaube ich. Weil die Geschäfte sind zu und sie sind natürlich drinnen. Klasse. So. Wir holen uns Weintrauben. Und ich würde sagen, da wird der Rest des Tages halt damit verbracht, ein bisschen auf der Farm zu arbeiten. Ne, auch nicht mit Regentagen zu tun, wie es scheint. Außerdem kann ich schon mal die Felder vorpflügen, wo Gras dann hin soll. Hm. Jetzt muss ich mir noch überlegen, wie ich das am besten mache. Aber ich würde sagen, erst mal machen wir den Weg frei. Die Farm frei. Wir könnten jetzt eigentlich jede Menge Weintrauben holen, bis Nacht ist. Fände ich aber ein bisschen zu langweilig. Das erste Harbusmonat doch noch ein bisschen langatmig. Wahrscheinlich werde ich irgendwann mal ein paar Tage überspringen, bis was Interessantes passiert. Wollen wir mal gucken. Mit den Weintrauben dürften wir dann genug Geld haben, um nicht nur neue Samen zu kaufen, sondern auch neue Grassamen. So, was machen wir? Erst mal zupfen wir hier das Gras. Da, da ist schon der Zaun kaputt gegangen. Die Farm ist zu groß. Da will ich nicht rein. Das Haus können wir übrigens zweimal ausbauen lassen. Na, schon Mittag? Schon wird ein Korsair gegessen, wo auch immer unser kleiner Farmer sie herbekommt. So, wir wollten hier frei machen. Erst mal den hier und die Steine. In den späteren Harbusmoons kann man, wenn man Regen bekommt, Erkältungen bekommen. Das ist dann nicht so nett. Dann ist man erkältet, muss dann wieder im Bett bleiben. Oder man verschläft, weil man ein bisschen Fieber hatte. Und das kann dann passieren, dass man nicht um sechs aufwacht, sondern erst um zwölf. Das dann ganz schön Zeit kostet. Vor allem, dass es dann nicht mehr die unendliche Nacht gibt in diesen Harbusmoons. Okay, ich würde sagen, wir nehmen erst mal unsere Axt. Und machen hier noch ein bisschen. Zack und zack. Einen will ich noch. Oh nein, ich bin weggegangen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wird schon spät. Die Tage dauern nicht lang. Jetzt hole ich die Hacke. Ich würde die nämlich gerne noch ein bisschen Grasfelder flügeln. Komm her. Die Gieskörner holen wir uns dann wieder. Wenn es wieder sonnig ist. Übrigens, hier nehme ich den Zaun gerne ein bisschen weg. Damit ich dort Grasfelder hinmachen kann. So. Aber erstmal hier um den Brunnen herum. Das ist mein Lieblingsort für Grasfelder. Der sieht einfach cool aus. Oh, und schon die nächste Pauompäre vom Flügen. Damit haben wir die vom Fisch und die beiden vom Flügen. Und noch mehr Kohle. Manchmal kommt auch ein Maulwurf heraus. Die anderen Pauompären gibt es an ganz bestimmten Orten. 630 G. Hm, ist das eigentlich dann, glaube ich, nicht dann auch nur Gras haben zu kaufen, oder? Gucken wir mal. Ah, da ist ein Maulwurf. Ja, Maulwurf. Oh doch, 410. Das ist 630. Gibt über 1000. Das sollte doch locker reichen. Jo, das kriegen wir hin. So, wir wollen hier noch lieber rumflügen. Und die zweiten Grassamen kaufen können. Ja, und plötzlich ist das Brassel vom Regen weg. Ich will hier noch komplett durchflügen. Damit das schon mal erledigt ist. Und dann werden wir uns dem nächsten Tag wieder widmen, indem wir Samen besorgen. Tja, beim Flügen gibt es nicht viel zu sagen. Aber ich glaube, ich kann nicht mehr viel flügen, bevor ich umkippe. Ha, hat gerade noch gereicht. So, gehen wir wieder hinein. Oh nein, wir können ja morgen gar nicht einkaufen. Ach, shit. Jetzt ist ja Sonntag, da können wir uns noch ein bisschen mehr Geld besorgen. Ja. Was für ein Fail. Ah, der Hund hat gebellt. Das heißt, es waren milde Hunde da. Heute ist ein schöner Tag. Dann schauen wir gleich mal, ob noch was Reif ist. Was ich allerdings nicht glaube. Ah, viel Hügelchen. Wie ist das gerne eingekauft? Nee, nix. Hätte ich ein bisschen besser planen sollen. Hm. Okay, unser üblicher Versuch, die Powerbeeren rauszukommen. Ne, also falls jetzt auch noch mal das Session vorbei ist, schaue ich mal nach, was die Voraussetzungen sind. Wir haben sie noch nicht, da bin ich mir jetzt sicher. Ne, die Holzfüller sind jetzt auch nicht da. Sobald der Jäger ist nicht da. Ich glaube, der ist ganz woanders am Wochenende. Ganz oben oder so. Wir nehmen uns hier diese Weintrauben. Und nehmen sie mit. Und das Ganze wiederholen wir dann noch, damit wir 300 G bekommen. Weil eine von denen gibt 150, wie ihr sich schon richtig geraten habt. Dann verbringen wir den Rest der Zeit wieder mit ein bisschen Farmarbeit. Ich meine, was wir mal sonst machen. Man könnte sicher drei oder viermal die Weintrauben holen. So schwer ist es eigentlich nicht, hier das Geld zusammen zu bekommen. Was man braucht. In der Regel versuche ich immer so schnell wie möglich zu heiraten. Aber da wir uns hier noch für kein Mädchen entschieden haben. Und ich weiß es, wie leicht es ist, hier die Mädels rumzukriegen. Müssen wir uns da weniger drum kümmern. In den anderen Haussmuster dauert das, die Mädels rumzukriegen. Da braucht man gut ein Jahr, bis sie sich mal in einen verliebt haben. Hier, da muss man einfach nur diesen Fragetrick machen. Jedes dieser Mädels hat eine Frage. Das kann man dann bei Eva unendlich machen. Bei den anderen, bis es dunkel wird. Wenn man dann nicht mehr in die Läden kann. Tja, werde ich bei Gelegenheit auch noch machen. Aber mir geht es wie gesagt erstmal hier um die Farmarbeit. Weniger um die Heiratssimulation. So, wir holen jetzt erstmal unsere Gießkanne und gießen noch. Dann holen wir wieder den Hammer oder die Axte, nachdem wir zurückkamen. Und kümmern uns noch ein bisschen ums Freischaffen des Landes. Ich würde sagen, wir tun sie gleich mal auffüllen. Wir sind ja neben dem Teich. Es wird dann erstmal auch ein bisschen dunkler. Wahrscheinlich wird es gleich die Abendmauerung eintreten, auch wenn es dann erst 3 Uhr ist. Nee, es dürfte 2 Uhr sein. Wir haben ja gerade erst Mittag gehabt. Ich mag ja diese Musik. Aber auf der Uhr geht es ja immer auf die Nerven. So, 3 Uhr. Dann werden wir ja auch gleich sehen, ob wir dann die 300 bekommen. Dann können wir gleich mal zählen. Ja, dann hätten wir dann 1340. Das reicht eindeutig für Samen und Gras. Eindeutig. Und wir müssen noch zweimal Samen kaufen mindestens. Falls drüben was reif wird, brauchen wir dann sogar dreimal Samen. Das wären dann 600 G. Für das Gras haben wir auch ungefähr einmal 500. Ja, da muss man auch immer so ein bisschen sein Geld zusammenzählen. Ob das alles klappt und so. Wenn man sich das vorgestellt hat. So, jetzt noch die Axt. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal diesen Teil hier rechts neben dem Schuppen ein bisschen freier. Ganz einfach, weil da tue ich gerne meine Grasweide pflanzen. Da habe ich ja schon den Zaun ein bisschen weggenommen. Ah ja. Genau, 300. Und deswegen kann man wir ums da hat rum. Man kann die Tiere, die man hat, übrigens draußen und drinnen halten. Das würde ich ja eigentlich sagen, drinnen ist ja besser, weil die Tage sind echt kurz. So, welches habe ich? Ich hatte die Axt gut. Und zack. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ihr kommt mal mit, die stört nämlich hier. Nicht über den Zaun. Ich will euch hier oben haben. Man kann den Zaun auch komplett loswerden, wenn man will. Aber jetzt sieht hübsch aus. So, wir schauen mal kurz in den Geheimgarten. Genau drei, wie ich es mir dachte. Zwei von dem Flügel. Einer vom Fisch. Die anderen, die kommen noch. Eine zum Beispiel kann man, glaube ich, kaufen. Wenn man genug Geld zu diesem Zeitpunkt hat, was eigentlich kein Problem sein sollte. Also, man kann das Teil kaufen. Obwohl, immer zu viel. Das zu dieser Powerbeere führt. Oh, tun wir uns schon den Schweiß abwischen. Egal, so wann können wir uns nicht bewegen. Wann? Das hat jetzt aber gedauert. Sollte wieder mitzählen. Hier noch die Steine kaputt schlagen. Alles kaputt. Und eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und die Schnurren. Und dann rechts erstmal. Wie rechts noch? Vier, fünf. Gerade so. So, dann gehen wir jetzt wieder ins Bett. Na dann sage ich, vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt mir die Kommentare, wie es euch gefallen hat und was ihr vielleicht noch so sehen wollt. Und dann sage ich, gute Nacht.